Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück mit diesen armen Mieze-Katzen-Schreien. Wir sind hier mit unseren Buddys unterwegs gewesen. Oh nein, du bist verletzt. Oh Gott. Ähm, Buddys unterwegs gewesen. Und wir, oh Gott. Und wir sind hier abgestürzt und ja, jetzt ist man nicht wohl mal Sinn. Oh Gott, uns geht's nicht gut, oder? Wir haben so eine blöde Sicht. Ich kann nicht weiter, ne? Was denn jetzt? Oh Gott, das ist nie jetzt los. Oh Gottchen. Okay. Was denn jetzt los? Oh Gott. Geht's dir wieder einigermaßen? Ich lege mir gerade aus weiter Oh gut, dir geht's wieder gut, Mizi Du hast ja bloß vorübergehend Das Bein gestaucht Oh, was ist das denn hier? Das ist nur ein Licht Ich dachte, hier wäre ein Ausgang Scheiße sind wir hier runtergeschützt Wir waren mit unseren Buddys unterwegs, ey Wir hatten so ein geiles Leben Wir waren wild, wir waren freie Miezen Zwischen den Mauern Sind wir durchgeturkelt Mann, dat war hier Denn sie wissen nicht, was sie miauen Oder rummiezen Ach, da sind wir runtergeflogen, ach scheiße Entschuldigung, wir treffen unsere Buddys irgendwann wieder Okay, da liegt ein Müll Okay, wir laufen mal jetzt hier lang Ach, das war die Tür Oh, komm hier raus Oh Gott Okay, wir gehen einfach mal durch Ach, du Scheiße Okay Jetzt sind wir auf jeden Fall hinter der Mauer Gottchen Okay, das ist jetzt hier die Totenstadt Ach Gottchen Ja, da wird so ein Aber wir wollen nicht viel los sein hier, oder? Wenn es die Totenstadt ist Hä? Ich gucke erst mich nochmal um hier Oh Gott Ah, der guckt ja auch immer hin, wo er hochspringen kann Oh, Alter, wie hoch ist denn die Mauer? Ich bin ja an einem Randbezirk quasi Ich glaube, das ist ja ein bisschen an Berlin, wo ich damals studiert habe Nee, war Spaß Ich habe eine schöne Ecke studiert Alter, Müll, Müll, Müll Was ist das denn? Okay, die Schrift kann ich nicht lesen Ich bin ja neugierig, was hier los ist The Background Story, gell? Okay, da hinten scheint man Leben zu sein, oder sowas Okay, das scheint irgendwie Nach Chinesisch, Japanisch irgendwie verwandt, aber Und nicht ganz, also Entschuldigung Ach, süß Nein Das war jetzt intuitiv, habe ich ihn angemaut Und der nickt mir zu Okay Okay Ach, Gott, ich bin nur ein bisschen Ich habe Ich habe Ja, lass uns. Wie ist das? Ja. Das ist schon robotisch. Die sind im Moment. Cool, ich kann nicht jeden Scheiß hochspringen, oder? Ja. Geil. Ach, ist das cool. Oh ja. Okay, wenn ich das lesen könnte, wäre ganz witzig. 2002. Lustige Symbole. Mein, wir hatten so ein schönes Leben bei uns und Buddies. Scheint Nacht zu sein. Wir haben uns ein bisschen erholt. Das geht er... Kann ich hier hochdruckspringen, oder? Ja. Ach Gott, wie ich knüpfe. Gut, wir können überall, wie geil ist das? Na, cool. Okay, du stimmst die ganze Kamera, stimmt immer wieder ein. Wart, kein Hupen? Trompete oder Hupen? Wart, Münzen? Oh nee, okay. 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 Hä? Ich dachte, es sind Sterne, warum ist es so eine komische Kreisform? Mietzi, das ist komisch. Warum liegen hier? Help. Ach Gott. Okay. Äh, das scheint wohl nicht so... Nie gerade das, ähm... Gibt es hier noch was? Ich gucke mich bloß um. Nee. Ach, da oben drauf kann ich. Ah, wie geil. Aber weiter komme ich nicht, ne? Okay. Hä? Ich, sorry Leute, ich muss mich noch ein bisschen... ...an die Gamepad-Steuerung gewöhnen. Äh, komm. Ich bin nur viel Puffi. Okay. Gibt es hier noch was Geiles? Nie, ne? Gut. Oh. What? Follow me. Huh. Also, das sind doch ein... ...damit sind doch ein deutiges Spiel gemeint, oder? Hm, ich hab da auch gedrückt. Was ist hier sonst noch was? Nie, ne? Außer diesen... ...Ring-Dinger noch, das sind doch keine Sterne. Oh, das wird wohl unser erstes Rätsel. Da müssen wir doch irgendwas... Ach Gott, wie süß. Wie süß ist das denn? Das müssen wir bestimmt mit Wasser voll machen und irgendwo... ...irgendwie irgendwas. ...irgendwie vollfüllen. Okay, wir gucken uns erst mal. Okay. Oh, ist mir hoch. Wir nehmen mal eben mit. Wir kommen ja eigentlich dort hoch, ne? Komm, wir nehmen mal eben mit hier. Ja, Ventilatung. Ich bin ne schlaue Mieze-Tatze. Ich bin ne schlaue Mieze-Tatze. Warte, jetzt. Was ist, was ist denn, was ist das denn? Ach Gott, wie süß. Nee, ne? Wir können das... ...gehessische, nervige... ...der nervige Katzenmuff können wir machen. Oh Gott, ist das knuffig. Okay, das können wir noch mal gebrauchen tun, gell? Endlich kann man das Oma machen. Nicht mal bloß die Miezenbeine, ne? Die das immer mit ihnen gemacht haben. Jetzt machen wir den selben Scheiß. C-Ginne da. Okidoki. Scheiße. Ey, ist ein Mist gemacht. Ah, wir kommen da rüber oben. Hopp. Scheiß warm zu sein, oder? Ach, lass mich raten. Ok. Alles klar, ich muss doch gelesen. Was hast du denn gesagt? Was können wir denn damit machen? Was können wir denn damit machen? Oh, ey. Das ist ja... Das ist ja... Na? Ups. Sind das eine böse Mietertatte? Wir sind eine böse Mietertatte. Ah, wir sind doch genug. Also können wir gar nicht böse sein. Denn Mietertatten sind nie Böder. Was ist das? Den haben wir es nie. Was? Follow me? Was ist denn das für ein alter Fernseher? Es ist, äh... Halb vier Nacht, oder was? Ok. Sind natürlich eine nervige Mietz. Oh Gott, ich habe jetzt... Nee, ich wollte gerade sagen. Bloß Licht. Ich habe schon das Fell mit Farbe zugeklassen. Kann nicht sein. Ja. Müssen wir erstmal was trinken. Wir haben langes getrunken. Das ist was, was reintraut. Wir haben langes getrunken. Wir müssen erstmal trinken. Du weißt ja nicht, wie lange wir das gelegen haben und zerholt haben. An dieser Ecke. Ja. Wie ist man ja nicht. Deswegen trinken wir es mal. So. Gut. Geht nur was zum Mampfen. Zugerammelt. Warum? Okay. Okay. Ich brauche es nicht. It ain't me. It ain't me. Oh, was können wir denn da machen? Ach, da kann man reinspringen. Aber was können wir damit machen? Oh Gott, wie knuffig ist das denn? Oh Gott. Oh, wenn die ihre Tatzen so... Okay. Nicht ablenken lassen. Spiel weiter, das ist das Spiel. Guck mal. Ist gut. Ist gut. The sun is always shining. Was? Oh, wie sind diese komischen Fische? Alter, cool. Ich kann überall drauf springen einfach. Obwohl es sinnlos ist. Entschuldigung. Mein Fehler. Was ist denn das? Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Äh. Was zum... Okay. Äh. Jo. And now. Er hat doch keine Unterkörper mehr, ne? Kacke, heute. Wollen wir noch im Takt? Soll das? Hm? Okay, ich geh jetzt mal gucken. Ich muss bestimmt das hinten weiter. Okay, ich muss jetzt hinten weiter. Safe game. Was ist denn hier los? Zubie Farbe. Geht, wir wissen, was mit den Robotern los ist. Und warum sind das Roboter? Oh Gott, wieder Zwischensequenz. Was ist denn... Was? Oh, oh. Jo. Lass mal... Lass die Mädchen ruhen. Scheiße. Hä? Was muss ich denn machen? Sind das für mystische Halt? Achso, ich muss ihn abwechseln oder was, wenn ich rennen will? Okay. Ist kacke. Das ist kacke. Das ist fies. Halt die IT, um zu laufen. Achso, die andere Seite. Fuck. Äh. Geht mir von der Piste. Oh. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Geht mir von der Piste. Hä? Hä? Göttel? Sind das für Missfiecher? Geht sie weg? Hä? Das ist ja wie in Half-Life. Die Wiesn, die hier. Hä? Das ist die Gefällte Ruhe. Boah. Uah. Gut. 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 Okidoki Alter war das fies Huiuiui Ja, ich würde sagen, das ist wieder ein sehr, sehr guter Cliffhanger Oh, ich dachte, da kommt ein Viech von der Seite Für heute, gell? Wir sind diesen Comic... Was sind denn das für Dinger? Erstellen sich wieder zu viele Fragen, würde ich sagen Wisch dann? Sehr, sehr viele Fragen Ja, bevor ich jetzt wieder hier so ein Kapitel anfange und dann wieder nicht herauskomme, würde ich sagen Für heute war es das leider mit dem genugigen Spiel Das nächste Mal geht es weiter bei Let's Play Entschuldigung Stray Nee, Entschuldigung, sondern Let's Play Stray Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da Müsst ihr das sonst Findet diese kleine, süße Mietzeltatze nicht mehr zurück Die findet nur zurück, wenn ihr ein Abo da lasst Ach, da kann man dann hoch Alles klar, aber das sehen wir beim nächsten Mal Wie gesagt, Like oder Abo Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Klöckchen Und ansonsten sagt da Michael Cooper Ciaoini In Mäu ições Mäu 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 Tet